Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch eine Mod vorstellen, denn ich habe auf Twitter eine Mod gefunden, wo es um die Jaina Transition geht, die ja Transmenschen durchleben. Und ich wollte auch mal schauen, wie gut diese ist. Wir befinden uns hier bei der Seite Mods as the Sims. Ich werde euch den Link auch in die Beschreibung packen, weil ihr Interesse habt. Und ja, es gibt ein paar neue Interaktionen und ja, was ihr dafür tun müsst, um das zu installieren. Ihr müsst auf Files drücken und dann müsst ihr eine Version aussuchen. Die Informationen dazu stehen hier vorne. Also beispielsweise, ja, Voice-Training gibt es dann teilweise nicht und so. Aber ich möchte, wenn dann alles, deswegen nehme ich Nummer 1, dann befindet sich das in dem Download-Ordner. Diesen müsst ihr dann entpacken. Ich benutze 7-Sip und diesen Ordner müsst ihr dann einfach in den Mods-Ordner ziehen und zack. Und dann war es das auch schon. Als nächstes starte ich dann das Spiel. Auch wichtig ist übrigens, dass ihr in den Spieloptionen unter Weiteres die Script-Mods und die benutzerdefinierten Inhalte aktiviert. Also es muss in beiden ein Häkchen sein. Und dann könnt ihr hier unter anderem bei Windows-Ordner-Definite Inhalte anzeigen. Könnt ihr sehen, ob das geklappt hat. Dann müsst ihr Änderungen anwenden und dann müsst ihr das Spiel neu starten, damit es dann angezeigt wird. Und dann sollte alles soweit funktioniert haben. Für unser Vorhaben habe ich bereits zwei Sims erstellt. Einmal jemanden, die die Transition von Male to Female durchführen wird. Und einmal Female to Male. Woo! Dann gehen wir erstmal ins Spiel rein. Yay! Dann sind wir jetzt auch endlich mal am Spiel. Manchmal dauert das ganz schön. Und jetzt müssten wir hier irgendwo diese Option finden. Oh, wir finden die sogar direkt hier. Transition. Und dann gibt es Get Bottom Surgery, Get Top Surgery, Go to Voice Training und Take Hormones. Und ich würde einfach mal behaupten, dass mit dem Voice Training, ja, also es verändert letztendlich nur, dass ihr eine von drei ausgewählten Frauenstimmen als männlicher Sim bekommen würdet. Und als zweiflicher Sim würdet ihr eine von drei männlichen Stimmen zugewiesen bekommen. Ich muss euch ja jetzt nicht direkt alles zeigen, weil das ist jetzt ja nicht so spannend tatsächlich. Viel spannender sind die Sachen wie Nimm Hormone oder Krieg hier eine Surgery. Und deswegen nimmt unsere Süße hier einfach mal Hormone und dann schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Sie geht dann quasi zum Arzt und ich bin sehr gespannt, wie sie denn danach aussehen wird. Währenddessen ercheate ich uns auf jeden Fall ein bisschen Geld. Denn wir wollen ja die Top und Bottom Surgery auch sehen. Tatsächlich ist die Bottom Surgery bringt gar nicht so viel in dem Sinn, in Anführungszeichen. Denn letztendlich heißt es nur, dass geändert wird, ob der Sim schwanger werden kann oder schwängern kann. Also ja, es bringt was und das ist auch definitiv für Storytelling sehr, sehr wichtig. Jedoch sieht man ja davon nichts. Die Top Surgery hingegen, die ändert das vom Spiel ausgewählte Geschlecht. Habt ihr einen weiblichen Sim vorher erstellt, der dann zum Mann quasi wird, dann wird es von weiblich auf männlich gestellt. Das werden wir dann gleich noch sehen. Ich liebe den Willkommenswaggon. Also es dauert schon ein paar Sim-Stunden, bis die Person wieder zurückkommt. Und da ist sie auch schon zurück. Und man sieht auf jeden Fall direkt einen Unterschied, denn sie ist auf jeden Fall nicht mehr ganz so breit wie vorher und hat eine schlankere Taille bekommen. Demnach, also das bringt natürlich viel und ich finde es ganz, ganz toll. Es gibt sogar ein Moodlet dafür. Es ist sehr süß. Und jetzt würde ich sagen, schicken wir Steven auch los. Ich ziehe Steven nochmal um, wo man das vielleicht dann am Ende noch ein bisschen besser erkennen kann, dass sich da was getan hat. Denn logischerweise hat Steven noch Brüste. Ich würde Steven aber jetzt einer Top Surgery unterziehen. Und ich bin sehr gespannt, denn dann wird er das Geschlecht offiziell dann geändert bekommen. Letztendlich muss man sagen, es ist nur eine kleine Mod, aber ich finde, sie bringt sehr viel dazu. Denn so in der Form, wenn man mit einem Trans-Sim spielen möchte, müsste man ja dann immer in den Cast gehen und dann selber halt ein bisschen an den Slidern rumspielen. Oder halt dann irgendwann das Geschlecht einfach wechseln. Aber das ist ja irgendwie, finde ich, so nicht passend. Also weil das geht dann ja entweder viel zu schnell oder man muss halt da selber rummachen. Also entweder bin ich blöd oder sie hat sogar ein bisschen Boobies schon bekommen. Also das ging flott, du. Also vielleicht sieht sie mich auch gerade nur so aus. Vielleicht liegt es auch an dem Kleid. I don't know. Aber es ist süß. Ich finde es süß, dass sie dieses Moodlet bekommen hat hier. Bro, sie ist einfach nochmal gespawnt. Was soll der Scheiße? Das finde ich nicht fair. Aber dann können wir wenigstens nochmal direkt im Vergleich sehen, dass sich der Körper ja doch schon geändert hat. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und wie gesagt, jetzt warten wir noch darauf, dass die Top-Surgery durchgeführt wurde bei Steven. Ich habe eben schon gesagt, dass es ja eher eine kleinere Mod ist. Aber ich denke, gerade wenn man selber trans ist, ist das glaube ich eine Mod, die nochmal sehr viel von einem selber mit ins Spiel bringt. Und ich finde es einfach ganz nett gemacht. Es passiert in dem Sinne nicht viel, aber es trägt trotzdem sehr dolle zu dem bei, was eben diese Menschen durchleben müssen. Und dementsprechend finde ich das halt gut. Ich denke tatsächlich, dass ich diese Mod erstmal nicht unbedingt im Spiel drin lassen würde, sondern nur dann reintun würde, wenn ich tatsächlich einen Trans-Sim habe, mit dem ich dann auch aktiv spiele. Dennoch werde ich diese Mod auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, denn ich finde sie wirklich, wirklich gut. Und ja, sie trägt halt viel bei, obwohl sie nicht viel macht in dem Sinne. So, was ist hier geschehen? Oh, und keine Buh. Boobies mehr. Was ist das für ein Moodlet? Oh, Steven isn't feeling so good after that surgery. Das finde ich auch tatsächlich ziemlich gut. Ich würde tatsächlich mal 24 Stunden warten, ob danach halt dann ein positives Moodlet kommt. Weil ich denke schon, dass er sich danach ja eigentlich gut fühlen müsste. Weil ich glaube, wenn du dann diesen Schritt gewagt hast, ich glaube, dann fühlt man sich schon nice erstmal. Auf jeden Fall hat er keine Boobies mehr und der ist jetzt offiziell als Mann eingetragen hier. Ich weiß nicht, wo man das nachgucken kann, aber kann man bestimmt. Wenn ich jetzt... Moment, stimmt. Wenn ich jetzt hier auf das gehe... Junge Erwachsene. Und andersrum steht hier natürlich auch noch junge Erwachsene. Aber wenn man da das auch nochmal machen würde mit Top Surgery, dann würde da junge Erwachsene stehen. Das machen wir jetzt dabei gerade nicht. Wir warten jetzt erstmal diese 24 Stunden ab. So, es verschwindet. Mal gucken, ob dann jetzt was Neues kommt dafür. Ja! Steven feels so much happier with their body. Wie schön. Süß. Also das ist richtig süß. Ich lieb's. Also ich find's ganz toll, diese Mod. Und ich find's halt auch schön, dass... Also es sind so Kleinigkeiten mit so reingebracht. Und es passt halt irgendwie auch ins Everyday Game so rein. Das find ich ganz toll. Deswegen, ich würde schon sagen, solltet ihr mal mit einem Trans-Sim spielen, dann benutzt auf jeden Fall diese Mod. Denn ich finde das sehr, sehr schön. Es gibt ja auch diese LGBT Pride-Dings-Mod, wo man dann irgendwie auswählen kann, was man sich outet oder so. Aber das find ich persönlich gar nicht so gut, weil da irgendwie jetzt nicht so viel mitkommt. Man kann einfach nur sagen, ich bin homosexuell. Aber irgendwie passiert da halt auch nicht mehr. Aber das ist halt... Ja, also hier passiert, find ich, schon mehr dahingehend. Deswegen. Also ich empfehle diese Mod. Wenn ihr einen Trans-Sim habt, dann benutzt sie auf jeden Fall. Dann überlegt euch, dass ihr diese vielleicht einfach mal downloadet. Und das war's tatsächlich dann auch schon mit diesem Video. Also ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich diesmal mal eine Mod vorgestellt habe, was ja jetzt nicht so oft vorkommt tatsächlich. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann am nächsten Mal wieder. Bis dahin und... Tschüss! 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 Tschüss!